Papst Franziskus hat gesagt, er denke an die Menschen in Afghanistan, deren Häuser zerstört wurden und die nach verheerenden Überschwemmungen ums Leben kämpfen. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass durch ungewöhnlich starke saisonale Regenfälle in Afghanistan mehr als 300 Menschen getötet worden sind, vor allem in der nördlichen Provinz Baglan. Bei seiner wöchentlichen Audienz auf dem Petersplatz forderte der Pontifex die Gläubigen auf, gemeinsam mit ihm für den Frieden der Ukraine zu beten und fügte hinzu, lasst uns Palästina und Israel nicht vergessen.